Barleben, Birkenstraße 13, Hertha Kröning feiert ihren 90. Geburtstag und Ortsbürgermeister Frank Nase überbringt die offiziellen Glückwünsche. Liebes Geburtstagskind, alles Gute zum Ehrentag. Aber heute denken wir ganz speziell an Sie, an den 90. Geburtstag. Alles Gute, Glück in Familie, viele Stunden. Hertha Kröning hat zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter, die sich liebevoll um die Mutter kümmern. Zwei Enkel und auf die Frage nach Urenkeln antwortet sie. Nee, die habe ich nicht. Noch nicht, ich weiß nicht. Ich glaube, naja. Gelernt hat sie Verkäuferin und hat in einem kleinen Barlieberkaufhaus hauptsächlich in der Drogerieabteilung gearbeitet. Am Samstag kommt die ganze Familie, dann wird schön essen gegangen und ein Familienkaffee trinken ist auch geplant. Dann, alles Gute nochmal, wir regulieren nochmal. Danke euch, dass ihr gekommen seid. Mama, halte dich noch ein paar Jahre, damit wir hier noch dein 95. und dein 100. noch feiern können. Orts-TV wünscht Hertha Kröning alles Gute zum runden Jubiläum, vor allem aber Gesundheit. Orts-TV wünscht Hertha Kröning alles Gute zum runden Jubiläum. Orts-TV wünscht Hertha Kröning alles Gute zum runden Jubiläum. Orts-TV wünscht Hertha Kröning alles Gute zum runden Jubiläum. Orts-TV wünscht Hertha Kröning alles Gute zum runden Jubiläum. Orts-TV wünscht Hertha Kröning alles Gute zum runden Jubiläum. Orts-TV wünscht Hertha Kröning alles Gute zum runden Jubiläum. Orts-TV wünscht Hertha Kröning alles Gute zum runden Jubiläum. Orts-TV wünscht Hertha Kröning alles Gute zum runden Jubiläum. Untertitelung des ZDF, 2020